Heute in Berge im Porträt geht es um Geburtshilfen und Zähneziehen, um den Stolz einer Nation in den 50er Jahren, viele gescheiterte Versuche und Expeditionen, um innovative Einzelhändler und einen Flugzeugabsturz. Es geht um den Daulagiri. Der Daulagiri. Einer der wenigen 8000er, die in unserer Liste der Berge im Porträt noch fehlen, aber das eigentlich völlig zu Unrecht. Was ist der Daulagiri? Der Daulagiri ist ein Berg im westlichen Zentrum Nepals. Er ist damit Teil der 8000er-Kette mit der Hanapurna und dem Manaslu. Er ist auch der westliche Ausläufer der nepalesischen 8000er, aber durch seinen nicht viel niedrigeren Nachbarn, den Daulagiri II, nicht der letzte Daulagiri im Westen. Daulagiri ist meiner Meinung nach ein sehr schöner Name, aber in erster Linie ist er sehr passend. Die Nepalesen tauften den Berg Daulagiri, weil er stets von allen Seiten sehr schnee- und eisbedeckt ist. Der Daulagiri heißt nämlich übersetzt der Weiße Berg. Hier übrigens auch mal die Nepali-Schreibweise als kleine Ergänzung. Bekannt war der Berg in der Welt der Nepalesen schon lange, doch für die westlichen Bergsteiger wurde er erstmals 1809 wirklich interessant. 1809, denkt ihr euch jetzt vielleicht, ist doch deutlich früher als all die anderen Berge wie der Everest, Makalu oder die Shishapangma entdeckt wurden. Und damit liegt er absolut richtig. Denn die Vermessung des Daulagiri war die allererste Vermessung eines Berges über 8000 Metern. Und das nicht nur für zwei, drei Tage, sondern für ganze 29 Jahre. Das heißt demnach auch, dass der Daulagiri 29 Jahre lang, zumindest für die Menschheit, der höchste Berg der Erde war. Aber so extrem hoch ist er im Vergleich zu K2 und Everest eigentlich nicht. Lediglich 167 Höhenmeter machen ihn letztlich zu dem 8000er, der er ist. Übrigens der nächst entdeckte Berg, der höher als der Daulagiri war, bei der Kang Cheng Tsunga, über den ich auch schon mal ein Video gemacht habe, das gibt's hier oben. Obwohl der Daulagiri der erste 8000er war, der entdeckt wurde, war er der vorletzte, der erstmals bestiegen wurde. Und die Gründe dafür sind sehr vielfältig. Um das zu verstehen, müssen wir einen weiten Schritt zurück in die Geschichte des Daulagiris machen. Schauen wir uns deshalb im Jahr 1950 um. Hier haben die Franzosen erstmals einen Versuch zum Daulagiri gewagt. Damals gab es noch keinen einzigen Berg über 8000 Meter, der bestiegen wurde. Und der Daulagiri schien machbar. Doch aufgrund des schlechten Kartenmaterials haben sie schnell die Hoffnungen auf den Daulagiri verworfen und sind letztlich dann bei der Annapurna gelandet und haben diese bestiegen. So fing also alles an. Verlaufen beim Zustieg und am falschen 8000er gelandet. Womit auch die Erstbesteigung eines 8000ers zwar gelungen war, aber noch sehr lange nicht die Erstbesteigung des Daulagiri. Von 1953 bis 1958 versuchten sich Jahr ein Jahr aus insgesamt fünf Expeditionen über die Nordflanke des Daulagiris nach oben zu kommen. Hier muss man auch einwerfen, dass im Höhenbergsteigen zu dieser Zeit die Besteigung der Flanken immer noch als bessere Option betrachtet wurde. Erst am Everest wurde der Ansatz der Gratbesteigungen als einfachere Variante in Erwägung gezogen. Über die Nordwand hatten die Expeditionen keinerlei Erfolg. Doch durch die vielen Fehlschläge am Daulagiri sprach sich weltweit schnell herum, dass dieser Berg wohl irgendwie etwas Besonderes an sich haben muss. Schließlich waren 1958 schon fast alle 8000er erstmals bestiegen. Vor allem in der Schweiz hatte man damit aber ein großes Problem. Das Problem mit Ehre und Stolz. Denn bis dato gelang den Schweizern erst eine Erstbesteigung eines 8000ers, während die Österreicher schon vier Erstbesteigungen bei den höchsten Bergen verzeichnen konnten. Außerdem hatten die Schweizer mit der Expedition 1958 eine solide Abfuhr vom Berg erhalten. Vor allem aufgrund der enormen logistischen und organisatorischen Probleme, die am Zustieg zu bewältigen waren. Mit dabei damals der Expeditionsarzt Kaspar Winterhalter. Er erzählt später, wie unglaublich allein die Anreise war. Viele kleine Dörfer passierte die gigantische Expedition 1958 und schnell sprach sich im Tal herum, dass ein Arzt bei der Expedition dabei war. Bei jedem Zwischenstopp und bei jedem Lager versammelten sich ganze Dörfer beim Arzt. Unzählige Probleme löste er dann bei den Einheimischen mit einfachsten Mitteln, riss ihnen vom Karies zerfrißene Zähne aus dem Mund und half Frauen, die Geburt ihres Kindes sicher zu durchstehen. Abenteuerliche Zeiten mit einer harten Konsequenz. Der Daulagiri blieb durch Wetterprobleme und Planungshindernisse unbestiegen. Die Schweizer organisierten also eine neue Expedition zum Daulagiri. Mit dabei der Österreicher Kurt Diemberger, der deutsche Peter Diener und viele Schweizer. Außerdem mit dabei ein Flugzeug. Als Max Eiselin, der Expeditionsleiter und Gründer des ersten Bergsportgeschäfts der Schweiz und damit doch recht berühmter Unternehmer in seiner Region, zuletzt 58 dort war, kam ihm nämlich eine Idee. Das bisherige Hauptproblem war stets der Transport und der Zustieg über die extrem weite Distanz, bis man erstmal bei einem Basislager angekommen war. Die Logistik war schlichtweg immens. Doch was, wenn man mit dem Flugzeug nicht nur ins Basislager, nein, sogar ins Hochlager fliegen würde? Was, wenn man einfach mit dem Flugzeug höchstmöglich landet und von dort aus startet? Diese Idee wollte Eiselin zwei Jahre später, 1960, in die Tat umsetzen. Er engagierte also einen Piloten und organisierte eine Pilatus Porter PC-6. Getauft Yeti. Mit dieser sollte es möglich sein, schnell und einfach Bergsteiger höchstmöglich abzusetzen, um dann von dort aus einen sicheren und schnellen Start der Expedition zu gewährleisten. Außerdem schafften sie es durch die Flugzeughilfe, einen gefährlichen Eisbruch schlichtweg zu umfliegen. Die Schweizer Bergsteiger wurden letztlich also auf 5200 Metern Höhe zum Akklimatisieren entlassen. Hier bauten sie ein Lager auf, um dann kurz darauf, nach ihrer Akklimatisierung, weiter geflogen zu werden. Sie wurden also wie mit einem Taxi wieder abgeholt und über den Eisbruch geflogen. Am Nordostkoll angekommen, errichteten sie das Lager 2 auf 5700 Metern Höhe. Es fehlten den Bergsteigern lediglich 2400 Höhenmeter zum Gipfel. Doch am 5. Mai 1960 stürzte der Flieger beim Start ab. Die Bergsteiger wussten das aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Verletzt wurde auch niemand. Über den Nordostgrad gelang es letztlich sechs Bergsteigern, darunter Dienberger, Diener, Forrer, Schelbert und den Sherpas, Navangdorji und Nima-Dorji, die Erstbesteigung des Daulagiris. Wenige Tage später gelangen auch zwei weiteren Bergsteigern der Gipfel. Die Geschichte der Erstbesteigung ist recht abenteuerlich, aber vor allem ist sie unglaublich außergewöhnlich. Die Zuhilfenahme eines Flugzeugs zur Überwindung der Zustiegsstrapazen ist eine einmalige Sache in der Geschichte des Alpinismus, wenn es um die 8000er geht. Bis heute. Natürlich löste diese Art der Erstbesteigung Diskussionen und eine Frage um die Ethik unter Höhenbergsteigern aus. Trotzdem überwanden die Bergsteiger die schwierigsten Passagen, also die letzten Meter zum Gipfel selbst. Die Frage, wann ein Berg eigentlich bei Fermins bestiegen wurde, die kam ohnehin erst viele Jahrzehnte später auf und betraf die Daulagiri-Erstbesteigung gar nicht. Sie fand in einer Zeit statt, in der das Wichtigste war, den Gipfel zu erreichen, um jeden Preis mit allen Mitteln. Auch Reinhold Messner wollte eines Tages seine Spuren auf dem Berg hinterlassen. Doch wie man Messner kennt, nicht über den einfachsten, den heutigen Normalweg über den Nordostgrad, wobei dieser natürlich auch nicht ansatzweise einfach ist, Messner versuchte über die Südwand erstmals den Daulagiri zu bescheiden, steiterte aber daran letztlich. Dieses kühne und extrem gefährliche Vorhaben gelang letztlich dem berühmten slowenischen Bergsteiger Tomasz Huma. Auch die Winterbesteigung ließ nicht lange auf sich warten. 1985 gelang es den beiden Extrembergsteigern Andrzej Czok und Czaj Kukutschka am 21. Januar den Berg bei hurricaneartigen Stürmen und bei unter minus 40 Grad erstmals zu besteigen. Der Daulagiri hat seinen Schrecken trotz der fliegerischen Erstbesteigung nie wirklich verloren. Vor allem liegt das daran, dass er laut Reinhold Messner zu den schönsten Bergen der Welt zählt. Und das von allen Seiten gleichermaßen. Wenn man diese Bilder sieht, kann man da aber eigentlich auch nur zustimmen. Der Daulagiri, die stets weiße Schönheit im westlichen Teil Nepals, das war sie für heute im Berge im Porträt. Wenn es euch gefallen hat, denkt gerne daran, für dieses Video einen kleinen Kaffee zu hinterlassen. Alle Infos dazu findet ihr hier eingeblendet. Bis zum nächsten 8.000er wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil. Bis zum nächsten 8.000er wünsche ich euch. Bis zum nächsten 8.000er wünsche ich euch. Bis zum nächsten 8.000er wünsche ich euch. Bis zum nächsten 8.000er wünsche ich euch.